Musik Man kann da gar nichts gegen machen. Man wird auch in einer spirituellen Gemeinschaft konditioniert. Also die Hoffnung ist, dass eines Tages du erkennst, wie unglaublich dumm du bist. Und dann geschieht irgendein mysteriöser Augenblick. Und dann ist niemand mehr da. Also vielleicht ist dir noch nicht das Nächste aufgefallen, aber im Augenblick haben wir ja sehr viele Leute in der Gemeinschaft, die diesen Niemand oder das Niemand ist, erleben. Wir haben so eine Schüttel-Epidemie hier. Ganz unterschiedliches Schütteln. Und soweit ich das sehen kann, gibt es so drei unterschiedliche Arten des Schüttelns. Aber ich sage nicht, wer wer ist. Weil es ist das andere, was man im Himalaya lernt. Also eine Art des Schüttelns ist, wenn starke Verstandesstrukturen plötzlich sich lösen. Also wenn man plötzlich sieht, dass das einfach nur Muster sind. Viele Leute haben ja die Vorstellung, sie sind nicht gut genug. Und die glauben das über Jahre. Also ich habe da ja 47 Jahre lang dran geglaubt. Also kann man sich ja vorstellen, wenn man so viele Jahre lang geglaubt hat, man ist nicht gut genug. Und man das plötzlich erkennt, dass man das einfach nur geglaubt hat. Dann schüttelst du einen, ja das ist, als ob man dieses schwere Gewicht einfach immer durch das Leben getragen hat, immer hinter sich hergezogen hat. Und plötzlich schlägt sich einer hinter dich und schneidet den Bindfaden durch und da schüttelst du natürlich wie verrückt. Also da gibt es, ja solche gibt es. Und einige Leute nennen das das Erwachen der Kundalini. Das Schütteln, was wir wirklich wollen, ist, wenn wir wirklich sehen, dass es da niemanden gibt. Und das kann man nicht so tun, als ob. Denn wenn du denkst, dass du jemand bist, dann ziehst du ganz viele Schwere hinter dir her. Und im Augenblick, wo du siehst, dass das nicht wahr ist, dann fallen diese ganzen schweren Gewichte weg. Und dann geht eine enorme Energie durch den Körper. Und dann kann es sein, dass es so viel Energie im System gibt, dass man nicht mehr den Arm heben kann, die Beine nicht mehr funktionieren. Und dann liegst du auf dem Boden und lachst wie verrückt. Und vielleicht schüttelst du dich auch. Und das geschieht hier natürlich auch und ist in den letzten Jahren auch hier regelmäßig geschehen. Und dann weiß man nicht, ist das jetzt ein Einblick oder ist es das wirklich? Ein Einblick ist für mich ein authentischer Augenblick, wo man etwas sieht. Oder etwas versteht und dann gibt es natürlich diese unglaubliche Freisetzung der Energie. Und dann gehst du durch einen Transformationsprozess. Und dann weißt du plötzlich das einzige Ding, was du vorher nicht wusstest. Oder du weißt etwas, was du vorher nicht wusstest. Und beim ersten Mal ist es nicht so wichtig, ob das nur ein paar Sekunden andauert oder ein paar Jahre. Ein Einblick ist wirklich etwas sehr, sehr Schönes. Es ist das zweitbeste, was man erleben kann. Es ist wie die Silbermedaille bei der spirituellen Olympiade. Aber wenn der Einblick nicht nur ein Einblick ist und alles offen bleibt, dann bekommst du die Goldmedaille. Und da kann es auch sein, dass es viel Schütteln gibt. Und im Augenblick ist es sehr schön, weil da jede Menge Schütteln vor sich geht in unserer Gemeinschaft. Und was für mich als Lehrer sehr schön ist, ist zu sehen, dass es gar nicht von John David abhängt. Es geschieht einfach ganz von alleine. Und ja, es ist natürlich wie das unterstützt von dem wunderbaren Energiefeld, was wir hier kreiert haben. Ich habe viele Jahre mit Papaji verbracht, in seinen spirituellen Treffen. Und dann gab es zum Beispiel einen Tag, wo einer diesen Einblick hatte. Und er lachte und schüttelte sich. Und dann gab es so etwas wie, was man Kontakt-High nennen kann, wenn man Drogen nimmt. Und so, you know, one person would start shaking and then somebody else would start shaking. Also einer begann sich zu schütteln oder einen schüttelte es und dann schüttelte sich der Nächste und dann schüttelte sich der Nächste. Ich habe heute Abend beobachtet, dass zwei Leute gleichzeitig sich geschüttelt haben. Also zwei, die eine tiefe Verbindung haben, der eine schüttelt sich, der andere fühlt das und dann fängt er sich auch an zu schütteln. Also es gibt diese drei unterschiedlichen Arten des Schüttelns. Das eine ist ein Einblick, das andere ist die Selbstrealisation und das andere ist, wenn sie so eine Blockade löst. Und ich glaube, du solltest dich nicht mehr um Blockaden kümmern. Und du bist jetzt bereit für die große Explosion. Und vielleicht ist das gar keine Explosion. Also wir haben ja einige, die hier so eine ganz stille Explosion machen. Das ist ein Einblick, das ist ein Einblick, das ist ein Einblick. Das ist ein Einblick, das ist ein Einblick, das ist ein Einblick. Das ist ein Einblick, das ist ein Einblick, das ist ein Einblick. Das ist ein Einblick Und ich in meine Informationen ein Teiladas значит, dass wir uns im Einblick. Und ich in seiner Import assets Europa ein turf geschieht.